hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen video aus standard ich tue ja nebenbei noch live streamen und das in der breach league softcore und jetzt tue ich euch immer wieder video zeigen aus standard weil ich hier viel besser equipped bin und so weiter und ich habe jetzt die direct x11 version und ja es ist alles natürlich ein bisschen schöner aber es ist auch ein bisschen verschwommen habe ich so das gefühl also es ist nicht mehr gestochen scharf eventuell ist es heute einfach sein bewegungsunschärfe fehlt das auch mag ich nicht dass ich nicht zwei bildschirme benutzen kann dass ich hier abgesperrt bin das könnte ich einen zweiten bildschirm rüber geht nicht und also so ein bisschen noch beta also ich bin nicht überzeugt von diesem modus aber natürlich schon recht freut es mich dass endlich mal direkt x11 version rauskommt so ich spiele die die ich auch leistung vor der breach league spielt habe weiter und ja schauen wir mal wie weit wir kommen mit der und unseren videos ja die videos werden eventuell ja zwei dreimal woche wöchentlich kommen und einfach mal ein bisschen testen bringen also natürlich in lustigen in gut entspannt und so weiter aber ich möchte einfach ein paar bilds austesten vielleicht für eine neue liga dann aber ich liga wird wahrscheinlich nicht mehr reichen weil ich schon recht langsam bin weil ich nicht so viel leisten kann weil ich so viel sport machen muss das sind einfach die pflichten die ich habe okay in combat ja dann machen wir das natürlich ja und du erzählst alles drei zweimal her also er hat diesen satz zu erzählen diesen satz zu erzählen dieses satz zu erzählen dass er erzählt alles auf einmal genau liebe entwickler von aufwechsel ihr habt glaube ich ein paar probleme mit eurem spiel ich finde einfach die entwickeln können ohne dass sie groß irgendwie in leistung investieren ein mega gutes spiel machen das freut mich ja auch extremst aber sie sollen wenn sie schon so ein gutes spiel machen sollten sie schon langsam ein bisschen vorwärts machen mit der qualität hinter dem spiel also die engine ist ja noch grotten schlecht und leckte immer wieder dann eben die grafik ist jetzt auch nicht mehr so ganz schön mit direkt x11 weil es einfach alles verwaschen ist ist aber naja die effekte sind natürlich besser und sieht auch ein bisschen mehr nach 3d aus das ist natürlich nicht 3d klar ich habe auch kein 3d monitor aber die verschiedenen runden details machen schon ein bisschen mehr 3d entscheidet euch mal die grafik an wie die verwaschen ist keine ahnung wieso das jetzt genau ist ich habe alles richtig angestellt aber sogar das menü ist verwaschen wieso ist denn das kennt sich jemand aus mit direkt x11 und so weiter ist ja extremst verwaschen ich mag das irgendwie gar nicht so ich müsste wieder zurück machen aber ich hätte wahrscheinlich den nächsten part dann wieder mit direkt x9 machen oder so außer euch gefällt es so also mir gefällt es schon aber es ist mir zu verwaschen natürlich das sieht man es vor allem an den lichteffekten wie das alles verwaschen ist das kenne ich so gar nicht von meinen games ich glaube eines der action-run-spieler aus deutschland war so verwaschen ich weiß nicht ah legend sands of god das war so verwaschen aber sonst kenne ich das von meinen games die ich schon habe gar nicht also es ist recht komisch he ja jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts machen aber man sieht ja man kommt fast nicht vorwärts hey jetzt tue doch die genau einfach beschwören schneller sonst haut er ab ah gut los vorwärts boom das ist nicht irgendwie das sound ein bisschen zu gering im video ist es dann immer wieder komplett anders so wir nehmen noch den long staff mit wir gehen aber noch natürlich nach oben weiter aha so jetzt ist schon viel besser also ihr hört es wahrscheinlich noch ein bisschen leiser aber ja für mich muss es ja auch stimmen oder sonst habe ich einen hörschaden und ihr hört es gut ja die ist hofer tot schau doch immer die skelette an wie viel das ist nur ein spell nein das sind auch die gewesen aber das sind so viele skelette so ja und ich habe nicht mal diesen konzentriert ich habe den konzentriert aber noch keinen ähm wie sagt man den ja wisst wahrscheinlich was ich meine die buffs da die guten buffs so weiter geht's hm milly ich brauche keine sterbe mit milly ich brauche mit feuer damage was ist ihm so schwer liebe leute dieses game das macht mich einfach immer wieder kaputt oh ah gelast ja ja darf ich jetzt weitermachen ich quasi zu viel ja was soll ich jetzt nehmen Convocation ähm ich mache welchen damage ich mache eigentlich alle damage mit den magier skeletten hm am ehesten mache ich ja vielleicht meine Abilität die flammenschaden wegen dem feuer ähm wegen dem wegen dem blitz ähm ähm nehme ich lightning hm ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht benutzen ja das blitz elementar am ehesten brauche durch die angrechtsgeschwindigkeit werden die sklette recht stark ähm so was könnten wir noch verwenden bald mal live haben wir nein wir haben noch so nehmen wir live mit so jetzt habe ich schon sechs linked uuuuuh also natürlich zwei äh Beschwörungen drin aber vier äh äh ja bessere ja support space ne okay ähm so langsam muss man etwas äh ja equipbar sein sonst macht es nicht so viel spass jetzt muss ich mal kurz schauen wir haben ja jetzt hä stimmt ja der reset ist da wir müssen aber das gar nicht also hier so ist er noch funktionierbar hä wir müssen nur hier drauf drücken wenn es da resettet machen wir das ja machen wir das noch nicht also wie ich das kenne haben wir jetzt ein reset zugute müssen es aber nicht machen also ähm machen wir jetzt die zwei teile weiter hm ja ich weiß jetzt wirklich nicht genau wie die ich das verstehen kann die Entwickler tun hat wirklich nicht so viel Feedback geben von den Deutschen es muss ja nicht mal auf Deutsch kommen das Spiel hm ach na gut gehen wir weiter ich werde eventuell nicht 30 Minuten Videos machen viel habe ich auch nicht zu zeigen eigentlich möchte ich ja nur das equippen können aber ich habe noch zu wenig stärke und geschickiger müsste das Video natürlich noch sehr lange sein aber ich möchte euch schon viel zeigen pro Part natürlich aber ich brauche einfach Zeit das ist das wichtigste also tut mir leid wenn es mal ein bisschen weniger lange ist aber ich merke jetzt gerade ich will lieber ein bisschen kürzer machen weil ich schon den Diablo 3 Part zu lange gemacht habe wenn ich noch ein zweites Video zu lange mache wenn ich noch ein zweites Video zu lange mache oder noch mal lang machen tja habe ich hier zwei eingesammelt ich habe zwei gehört ja es ist gut dann ist das jetzt wirklich ich resetten kurz also ich brauche kein Mana scheinbar dann nehme ich das Mana sowieso weg oh jetzt hätte ich gerade alle gestorben die armen ähm Kerle soo und dann haben wir ja hier weiter genau hier weiter also jetzt habe ich das Energy Shree genommen ja muss ich natürlich auch noch zeigen ja jetzt haben wir keine mehr entweder mache ich jetzt das Life hier ist ja auch gut Moment kurz hier haben wir 15 Damage hier haben wir 10 machen wir das zuerst nein wir gehen hier runter Grave Pact also jetzt haben wir das wieder gemacht jetzt haben wir diese blöde Einblendung auch nicht mehr und jetzt haben wir es bald zu ja wir haben es schon zugute sehr schön ja das Raging Speed muss natürlich hier rein das raus und das rein hier hin so jetzt haben wir Skelette die auch was aushalten das ist geil die bleiben die bleiben nach lange ich will mal kurz schauen und 89 in größer Skelettenduration oh Gott ja und Zombies haben wir auch einen mehr Spectres haben wir einen mehr und eben zwei neue Skelette ja ich fühle mich stark ich würde das eigentlich machen jetzt haben wir 5 Zombies 6 Zombies 7 Zombies 7 ist Maximum oder 7 Zombies 7 Zombies und die Spectres kommen vielleicht nächsten Part schon also ich bedanke mich fürs zusehen ich mache noch ein bisschen weiter sogar ja ich muss auch nebenbei natürlich weitermachen und wünsche euch einen schönen Tag Tschüss Leute Leute